Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten regulären Ausgabe hier vom TeleStammtisch. Das ist Folge 19. Und Folge 19, das ist bekanntlich die nach Folge 18. Und eines auch vorweg, mit der Folge 20 kann es sein, dass ihr ein bisschen warten müsst. Denn wir haben demnächst hier, also stundenweise, Interviewmaterial vom Comicsalon Erlangen vor uns. Da wird es wahnsinnig viel Material geben. Es kann sein, dass spontan reguläre Ausgabe entsteht. Also kann, will ich euch nur mal vorwarnen, Folge 20 könnte zwei Monate dauern, aber ihr kriegt auf dem Weg dahin jede Menge anderen Content. Nichtsdestotrotz haben wir es geschafft, heute wieder eine Runde zusammen zu trommeln an Leuten, die in diesem Internet gewesen sind, die ich da irgendwie aufgegabelt habe und die vielleicht auch schon mal irgendwas gemacht haben, was klingt wie ein Hobby. Einen Teil davon haben wir schon zu Gast gehabt, einen Teil davon kennt ihr schon. Und eben auch zwei meiner Gäste sind heute erstmalig mit dabei. Ich will sie euch kurz vorstellen und dann haben sie auch die Gelegenheit, selbst mal ein paar Worte dazu zu verlieren, wer oder was sie eigentlich sind. Beginnen möchte ich mit der Dame in der Runde, mit der Pia, die wir ja zuletzt gehört haben, auch in der Filmkritik zu Solo. Hi! Hallo, da bin ich wieder. Was gibt's Neues bei dir im Blog? Ja, zurzeit nicht so viel. Also ich habe ganz viele Filme gesehen, habe ich vorhin auch schon erzählt, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, alle Kritiken online zu stellen. Und wenn das dann auch zu lange dauert, muss ich ehrlich gestehen, nach zwei Wochen oder so, lade ich dann gar keine Kritik mehr hoch. Dann schäme ich mich immer, weil das so lange gedauert hat. Und das haben sich schon auch einige Leser beschwert, dass ich ja die Kritik zu Black Panther zu spät hochgeladen habe. Das ist einfach zeitlich nicht immer alles mit drin. Und ja, aber... Eine absolute Frechheit. Ja genau, aber sonst wollte ich in den nächsten Wochen auch wieder aktiver werden auf meinem Blog. Da lade ich ja nicht nur Kritiken hoch, sondern auch Comic Reviews und auch persönliche Texte und Tipps und Tricks und Guides zu spielen, die auch immer sehr beliebt sind, weil die auch gegoogelt werden. Das sind sozusagen meine Google-Traffics und ja, und dann alles, was mit Nerd und Geek-Sein zu tun hat. Und auch das Ghost Musical schaue ich übrigens auch jetzt am Wochenende in Berlin. Und da möchte ich auch drüber schreiben, weil Musicals einfach für mich auch in der Unterhaltungsbranche finde ich einfach auch toll. Und das kommt auch auf meinen Blog. Da bin ich sehr gespannt. Und wie gesagt, ich verlinke den auch gern, weil ich denke, dass du sehr gut schreibst und das auch sehr unterhaltsam ist. Dass du dich vor allem auch von vielem absetzt, was man sonst so hört. Und das finde ich also gut. Herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Nummer zwei in der Runde ist jemand, der auch einen Blog betreibt oder betrieben hat und jetzt glaube ich gerade wieder in so einer Art Comeback-Phase ist. Der junge Mann ist jemand, der heute das erste Mal mit dabei ist und dem man auch, wenn man im Internet so ein bisschen unterwegs ist, auch vielen so mit Comic-Themen vernetzten Sachen finden kann. Moin Alex. Moin Moin. Habe ich das so ganz grob richtig zusammengefasst? Ja, also und ich hoffe, das wird jetzt auch der letzte Reanimationsversuch vom Blog. Das war immer so ein stetes Auf und Ab, aber es war jetzt mit Abstand tatsächlich die längste Pause. Ja, und das ist tatsächlich, wie du sagst, der Schwerpunkt dreht sich um Comics, speziell so die Indie-Comic-Szene. Also ich habe so mein Fable zum Beispiel für Batwoman, aber ich werde nie irgendwie über die Marvel-Sachen oder sowas wirklich gute Texte schreiben können, weil dafür fehlt mir die Ahnung. Aber ich kann dir dazu viel besser was schreiben über die europäischen und speziell deutschen Nachwuchskünstler oder warum da viel mehr los ist, als man oft im Mainstream mitkriegt. Also Rezensionen habe ich immer wieder auch mal gemacht, wird es auch weiter geben, aber sind nicht so das Hauptding, weil, wie Pierre auch gesagt hat, man hängt zeitlich immer teilweise sehr stark hinterher, wenn man nicht was Älteres nimmt. Und B, habe ich dann auch gemerkt, ich tue mich immer schwer, eine ganz konkrete Wertung zu vergeben. Mir geht es viel besser, wenn ich über irgendwas schreibe, wo ich wirklich eine starke Bindung habe, auch tief drin bin und es erläutern kann. Und dann überlasse ich es ehrlich gesagt lieber den Lesern, sich da eine Meinung zu bilden. Und ich habe auch den Eindruck, das sind immer die Texte, die am besten ankommen. Jetzt musst du natürlich noch erwähnen, wie der Blog eigentlich heißt. Ach so, der Blog ist einfach unter der-lachwitz.de zu finden. Das hat sich so ergeben mit dem Namen und ja, mal schauen, wie es jetzt wieder weitergeht nach der Reanimation. Alles klar, sind wir gespannt. Über neue Kollegen oder beziehungsweise alte, neue Kollegen, neue, alte Kollegen in der Szene freuen wir uns immer. Nummer drei in der Runde ist jemand, dem ich jetzt auch schon ein bisschen länger folge, weil gefühlt auch teilweise Gäste, die wir schon am Start hatten, zum Beispiel die Carolin Hidalgo, schon mit dir zu tun hatte, beziehungsweise Fotos mit dir, von dir geschossen hat, weil es der Stefan Liebschner von den Comic-Cook ist jetzt auch schon vieles von dem, was du machst, der wohl auch besucht hat. Moin Senat. Hallo, guten Tag. So, jetzt bringen wir uns das nochmal kurz irgendwie in ein System. Ich glaube, du machst irgendwas mit Retro, ne? Ja, das kommt hin. Ja, ich betreibe einen Blog mehr schlecht als recht. Ich nutze ihn aber nicht unbedingt als Blog, sondern einfach als Motivation, andere Menschen kennenzulernen. Also ja, ich mache was mit Retro. Ich mag Retro-Kram. Der Blog heißt ja auch Retro-Kram zu finden unter retro.wtf und ich liebe die Domain. Aber in erster Linie mache ich den ganzen Kram wirklich nur, um Leute kennenzulernen. Das ist natürlich geil. Du hast vorhin auch im Vorgespräch gemeint, du willst ein bisschen diese Retro-Community zusammenbringen, die ja auch gefühlt irgendwie jeden Tag ein bisschen größer wird, weil irgendwie ja auch immer mehr Sachen man zu retro zählen kann irgendwie. Ich finde das ein ganz cooler Ansatz, einfach so ein bisschen so ein Netzwerk aufzubauen. Und da bist du auch in diesem Retro-Museum, heißt es glaube ich, unterwegs in Seligenstadt. Wie genau heißt das? Knapp. Das Ding heißt Flipper- und Arcade-Museum in Seligenstadt und wird mehr oder weniger betrieben vom Formus mit Oni. Das ist der Verein dahinter, das ist der Träger des Museums und ich bin dort der Pressesprecher. So nice. Ja, das ist sehr nice. Es macht Spaß. Momentan ist es jetzt ein bisschen stressig, aber es macht wirklich sehr viel Spaß. Und die Sache ist die, was wirklich toll ist, durch diesen Blog habe ich ja sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. Und andere Blogger, andere YouTuber, allen möglichen Leuten, die irgendeine Art und Weise Content erstellen oder zumindest sich am Content beteiligen aus dem Bereich Retro. Und da verbinde ich jetzt einfach mal zwei Sachen miteinander. Und zwar einmal einerseits als Pressesprecher des Museums und einerseits habe ich zusammen mit dem André von Videospielgeschichten ein Blogger-Treffen ins Leben gerufen, was es im Museum gibt. Also einmal im Jahr versuchen wir einfach mal so einige Leute aus der Retroszene zusammenzukriegen. Und dann gibt es halt ein nettes Meetup, wie auch immer man sagen möchte. Das ist eine coole Idee. Sehr cool. Auf jeden Fall. Da rieche ich irgendwie ganz am Ende des Tunnels auch irgendein Crossover. Es ist da. Ich kann es nur noch nicht greifen. Der ganze Tag besteht nur aus Crossover. Wir hatten letztes Jahr das erste Treffen und das kam so gut an. Und alle schreien an einer Fortsetzung und die wollten sie so schnell wie möglich haben. Das Problem dabei ist nur, das Museum, wir haben halt einmal den Monat auf. Jeden ersten Samstag im Monat haben wir auf. Und wir brauchen dann diese vier Wochen Zeit, um Geräte zu fixen. Weil das ganze Museum wird ehrenamtlich betrieben, vom Verein her. Und die ganzen Geräte, die da kaputt gehen, wir sind zwar 150 Mitglieder ungefähr, plus minus fünf, das kommt immer drauf an. Aber nicht so viele Leute können die Geräte fixen. Also wir haben ungefähr 10, 15, vielleicht lassen wir 20 Leute sein, die Ahnung von den Geräten haben, die die komplett verstehen, auseinandernehmen können, reparieren, Teile austauschen, Monitore reparieren. Und all dieser ganze Kram. Und von diesen Leuten haben wir relativ wenig da. Deswegen braucht man wirklich diese vier Wochen Zeit, um es anzureparieren. Und dann ist es dann ziemlich schwierig, dann innerhalb dieser vier Wochen einen Tag zu finden, wo man halt so ein Blogger-Treffen veranstalten kann. Klingt super interessant. Das werden wir uns auf jeden Fall irgendwie auch nochmal genauer angucken, wenn wir die Gelegenheit haben. Hashtag VSG18. Alles klar, ist gedroppt. Da findet ihr auch die Anmeldung. Der andere freut sich sicherlich über die ein oder andere Anmeldung noch. Das läuft alles eher so ein bisschen unterm Radar, weil wir haben gesagt, wir wollten nicht mehr als 50, 60 Leute da haben, weil je mehr Leute da sind, es zwar echt schön ist, aber die Geräte, die wollen bespielt werden. Und wenn die ganzen Leute da nur zocken, dann kann man sich da weniger unterhalten. Und deswegen haben wir gesagt, so maximal 60 Leute, 70 Leute. Wir knabbern gerade, glaube ich, dran. Wir sind, glaube ich, bei 50 oder so. Das heißt, so ein paar Leute können noch kommen. Und wenn wir ein paar Leute über 60 sind, ach, pfff. Alles klar. Okay. Wird verlinkt. Nummer vier in der Runde ist jemand, den wir jetzt schon häufiger zu Gast haben. Quasi ein Kollege von Geekwisper, der aber eigentlich noch für einen Radiosender unterwegs ist, der einfach einfach durch und durch hier der Filmexperte ist. Moin, Ruben. Ja, guten Tag. Ja, ich glaube, einmal war ich jetzt dabei. Also ganz oft auch noch nicht. Naja. Ach, gefühlt schreiben wir ja jeden Tag. Und du hast ja durchaus den einen oder anderen Film in deinem Leben gesehen und auch vor, dich heute mit uns ein bisschen über Filme zu unterhalten, ne? Ja, auf jeden Fall. Also Filme, das ist einfach so mein Ding hier beim Radio, haben wir es ja schon oft hier vorgestellt. Herz 87.9, da mache ich ja auch die Kinoabteilung und leite das da fröhlich vor mich hin. Und ja, da schlägt auf jeden Fall mein Herz. Und da habe ich, glaube ich, auch ein bisschen was zu zu sagen. Mega. Wenn ihr da mehr hören wollt, ich glaube, wir haben unter anderem für, ich glaube, Berlin Calling hieß der Film, auch eine Besprechung gemacht. Könnt ihr mal reinhören und euch einen Eindruck davon machen. Und natürlich eben auch bei Herzklappe reinhören, eurem Filmpodcast, wo du unter anderem auch mit der Nina, auch Kollegin von uns, noch über Filme sprichst. Genau, Klappencast, nicht Herzklappe. Herzklappe ist unsere Kinosendung quasi. Ah, für mich? Kein Problem. Aber genau, Klappencast ist dann unser Laber-Podcast quasi. Alles klar, nice. Ja, und Nummer fünf hier in der Runde und damit auch der fünfte von fünf Gästen ist ein, ja, alter Bekannter hier bei uns beim Tele-Stammtisch, auch ein Kollege von Geekwisper und da jemand, der mega viel zu Comics macht und viele, viele alte Comics liest. Moin, Nick. Ja, moin, hallo. Ja gut, so oft lade ich ja, glaube ich, in letzter Zeit gar nichts hoch an Rezensionen. Aber im Grunde genau, das ist so mein Kerngeschäft. Ich rede und schreibe gerne über Comics, auch über Bücher und Filme. Ich habe noch nicht so ganz die Plattform für mich gefunden, über die ich am besten ausdrücken kann. Deswegen wird man von mir jetzt keinen Blog oder einen YouTube-Kanal oder sowas finden. Vielleicht bin ich da einfach ein Spätsünder. Ich brauche da, glaube ich, noch ein bisschen, bis ich so das gefunden habe. Aber ich nutze dann gerne die Gelegenheit wie heute, um mal mich so ein bisschen einzubringen. Und wir wissen, dass du dann immer den einen oder anderen Comic auch gelesen hast, über den du sprechen möchtest. Das stimmt. Und heute, glaube ich, erwartet uns ein Highlight, über das ich schon vieles gehört habe. Was hast du uns denn heute mitgebracht? Ja, ich habe Manifest Destiny mitgebracht. Das ist eine Comic-Reihe aus dem Hause Image Comics. In Deutschland, wenn man es auf Deutsch lesen möchte, kriegt man es bei CrossCult. Und das Ding ist schon ein bisschen älter. Also die Serie läuft schon eine Weile. Die kam Ende 2013 raus. Mittlerweile ist sie, glaube ich, bei Heft Nummer 35 und laufend. Und ich habe die ersten Trades auch schon relativ lange hier stehen. Ich habe es aber natürlich, wie so viele andere Sachen hier, nicht geschafft, mal da reinzugucken. Und dieses Jahr habe ich wirklich so eine kleine Leseflaute. Umso schöner war es, dass ich da mal was lesen konnte, was mich ja dann doch wieder gepackt hat. Also ich nehme das Fazit im Grunde ein Stück weit vorweg. Manifest Destiny war für mich so ein kleines Lesehighlight. Ich hatte ehrlich gesagt keinerlei Erwartungen, weil ich mir auch den... Also den Klappentext dann nicht durchgelesen habe. Bin einfach da reingegangen in die Geschichte. Und umso besser oder umso schöner bin ich überrascht worden. Manifest Destiny. Johnny Crosskult beschreibt es auf seiner Seite so ein bisschen als Mischung aus Indiana Jones und Tanz der Teufel. Ich glaube, das trifft es auch eigentlich ganz gut. Es ist so eine Mischung aus Abenteuer, Fantasy, Horror. Hat allerdings ein historisches Setting, was ich auch mal wieder sehr cool finde, wenn es Leute schaffen, aus, sage ich mal, einer historischen Kulisse, die also wahre Begebenheiten irgendwie zugrunde hat, dann auch wirklich nochmal was Gutes da rauszuholen. Spannende Geschichte da rauszuholen. In dem Fall ist es so, wir befinden uns in Nordamerika 1804. Wer jetzt das Geschichtsbuch noch so ein bisschen vor Augen hat, damals war Nordamerika ja noch nicht ganz erschlossen, zumindest nicht für die Vereinigten Staaten. Und Manifest Destiny ist sozusagen eine Doktrin, die ist damals in den USA so ausgesprochen worden. Und damit wurde sozusagen die Expansion in den Wilden Westen gerechtfertigt. Also das war so eine Art göttlicher Auftrag, so hat man das der eigenen Bevölkerung verkauft, mit der dann halt auch die Werte der amerikanischen Verfassung in alle Winkel Nordamerikas getragen werden sollte. Das ist natürlich in der Realität nicht ganz so romantisch gewesen. Da geht natürlich viel mit Verdrängung von einheimischen Indianerstämmen und was die da sozusagen alles getrieben haben, Ausbeutung, teilweise auch Rassismus mitbegründet gegenüber nicht-amerikanischen Völkern oder nicht-europäischen Anwanderern. Und das ist sozusagen so ein bisschen die Kulisse, denn Captain Marietta Lewis und Second Lieutenant William Clark, das sind so die Hauptfiguren in dieser Geschichte, die sollen halt im Auftrag der amerikanischen Regierung den Westen erschließen. Diese Expedition, sie genannte Lewis und Clark Expedition, die gab es auch tatsächlich. Viele Figuren in dieser Geschichte basieren auch auf real existierenden oder historisch belegbar real existierenden Menschen, die damals an dieser Expedition teilgenommen haben. Und die sollen halt quasi die Wildnis erschließen für die amerikanische Regierung. Die sollen erforschen, was ist da in diesem unbekannten Land terra incognita. Und genau an dem Punkt nimmt sich dann der Autor, Chris Dinges, nimmt sich dann so ein bisschen Freiheiten raus und dichtet ein bisschen was dazu. Denn statt einfach nur irgendwelche wilden Indianerstämme zu finden oder Tiere, die man vielleicht vorher nicht kannte, stößt man da auf eine ganze Menge Monster. Es ist also quasi so, dass man diese Geschichte umgestrickt hat, gesagt, so, wir machen jetzt aus dieser klassischen Expeditionsgeschichte so eine Horrorgeschichte, die Truppe aus den verschiedensten Persönlichkeiten, die da zusammentreffen, diese Expedition antritt, die stößt relativ schnell auf irgendwelche mysteriösen Bögen. Das sind so riesige steinerne Gebilde. Und überall, wo diese Gebilde auftauchen, tauchen dann kurz darauf auch irgendwelche Kreaturen auf, die ihnen das Leben zur Hölle machen. In der Regel sehr, sehr tödlich, in der Regel mit hohen Verlusten verbunden, treibt das Ganze dann so voran. Es ist sehr episodenhaft geschrieben, also die Trade-Paperbacks, also wenn man jetzt nicht unbedingt die Hefte lesen möchte, sondern sagt, ich schnapp mir mal diese Trades, weil ich das Format vielleicht lieber mag. Die sind auch alle so betitelt, dass man schon quasi erkennen kann, in welche zwei Richtungen es geht. Zum Beispiel der erste Band heißt Flora und Fauna. Und in diese Richtung gehen dann auch die Monster, die da auftauchen. Es ist halt auch wirklich geschrieben wie eine Serie. In jedem Trade sind sozusagen zwei Handlungsstränge abgeschlossen, in denen diese Expediteure auf irgendeine Art von Widerstand stoßen und den halt bewältigen müssen. Wie gesagt, ich hatte am Anfang keine so hohen Erwartungen oder generell keine. Und es hat einen sehr speziellen Charme. Ich finde, was man sehr gut geschafft hat, ist diese historische Kulisse einzubinden. Ja, das hat man wirklich gut geschafft. Was man auch geschafft hat, ist so ein Abenteuerfeeling aufzubringen. Und ich finde, das ist ja immer was, also ich habe dafür eine Schwäche. Ich mag zum Beispiel unheimlich gern die Indiana Jones-Filme oder auch hier die Mumie, also die ersten beiden Teile mit Brendan Fraser. Die haben bei mir auch so einen Stein im Brett. Und diese Atmosphäre schafft diese Reihe eigentlich ganz gut aufzubringen. Also es nimmt sich nicht allzu ernst. Es ist jetzt nicht so, als hat man da 35 Hefte lang nur Grusel und Böse und alles ist dunkel und dark und grimy. Es ist aber trotzdem auch immer wieder eine gewisse Grausamkeit dabei. Also es ist halt wirklich dieser Spagat, wie man es vielleicht auch so ein bisschen von der Mumie kennt. Ich meine, der Film ist jetzt nicht explodiert und brutal. Finde ich, hat aber auch ein paar Szenen, die jetzt vielleicht für ein Kleinkind dann oder für ein Kind doch ein bisschen zu gruselig sind. Und ja, mich hat das unheimlich gut mitgenommen. Es ist nämlich auch ich nicht einfach nur ein Geklopperhau drauf. Es ist auch keine Charakterstudie. Also die Serie nimmt sich auch wirklich eine ganze Weile Zeit, um die Figuren zu entwickeln. Und am Anfang wird das auch ein bisschen schleppend. Aber auf der anderen Seite schafft man es dann doch immer wieder, so Heft für Heft der ganzen Sache ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Und es ist auch nicht einfach nur die armen Expediteure werden da von Monson angegriffen. Da gibt es auch sehr zwielichtige Gestalten. Und auch diese Expedition an sich ist dann später moralisch dann doch zu unterfragen. Es ist jetzt keine große Gesellschaftskritik und keine Charakterstudie. Es ist aber auch nicht einfach nur 35 Hefte voll auf die Fresse. Es hat seine Spannung. Es hat eine gute Chemie zwischen den Figuren. Nimmt sich nicht zu ernst. Ist aber auch keine Alberei. Hat immer wieder gruselige oder auch grausame Szenen. Wer so, wie gesagt, so Jana Jones mag, vielleicht so ein bisschen dieses Sky-Island-Feeling von King Kong, also Gruppe von Menschen, ist auf irgendeiner Insel, weil in dem Fall ist es nicht die Insel, aber zumindest isoliert, und wird da von irgendwelchen Viechern angegriffen, der kann da ruhig mal zuschlagen. So in die Richtung geht's. Also wer diese Monster-Geschichten vielleicht auch mag. Super Empfehlung. Ist leicht zu lesen, meiner Meinung nach, aber auch jetzt nicht ganz für blöde. War eine schöne Leseüberraschung. Überraschung habe ich so nicht mit gerechnet. Würde ich weiterempfehlen. Ich habe die Reihen da jetzt noch nicht bis zum aktuellsten Heft gelesen. Also bis Reft Nummer 18 von 35 sind die ersten drei Trades. Wie gesagt, bis dahin klare Leseempfehlung. Wenn ihr Bock auf sowas habt, schaut da gerne mal rein. Gebe ich gerne mit. Ich bin ja nebenbei die ganze Zeit dabei, mir auch mal ein bisschen die Leseproben anzuschauen, die ja auch dann in dem Fall hier eben auf der Verlagsseite von CrossCult auch veröffentlicht werden. Das sieht zum einen, sieht es erstmal total geil aus. Ich muss sagen, rein optisch kann man der Serie also absolut nichts vorwerfen. Ganz im Gegenteil, das ist echt hübsch anzugucken. Ich habe das jetzt nur so punktuell gesehen. Wie ist dir so das Artwork insgesamt aufgefallen? Ja, jetzt in der Aufregung habe ich natürlich den wichtigsten Punkt mit vergessen. Ja, also die Zeichnungen sind schon wirklich gut. Also es ist sehr, sehr farbintensiv, sehr detailliert. Ich mag sowas ja unheimlich gerne. Gleichzeitig finde ich auch, wenn man beispielsweise die Gesichter sieht, dann ist es aber auch irgendwie freundlich gezeichnet. Also es ist jetzt nicht, es gibt ja Comics, die versuchen irgendwie an jedem Panel so eine gewisse Härte auszustrahlen. Auch in den Gesichtern der Menschen. Das finde ich gar nicht. Das wirkt sogar eher so ein bisschen gemütlich teilweise oder auch bequem. Aber ist es eben dann gar nicht so. Also es gibt da auch wieder viel Dramatik drin, die man vielleicht so in den ersten Farben von Bildern gar nicht erkennt. Aber hat mir super gut gefallen. Ich habe auch mal geguckt, der Zeichner dieses Bandes, der ist ja bisher irgendwie noch nirgendwo anders aufgefallen. Also Matthew Roberts, der ist, glaube ich, bei Image nur mit Manifest Destiny gelistet. Oder sonst finde ich den eigentlich kaum. Auch der Autor der Reihe, Chris Dinges, der hat bisher noch keine andere Reihe geschrieben. Ist also relativ unbeschrieben, dieses Team. Finde ich aber super. Ich hoffe, von denen kommt auch noch was. Jedenfalls als Einstieg war das schon eine ziemlich solide Leistung hier. Wenn ich mir hier dieses Genre angucke, in dem es geführt wird, nämlich jetzt die Horror-Mystery-Action-Adventure, da ist ja immer auch so eine gewisse Absurdität, die ich da irgendwie erwarte. Wie sehr geht es in das Skurrile über? Oder sind Monster das Absurdeste, was ich in der Serie bekomme? Ja, also ich bin ja noch lange nicht am Ende. Also ich bin jetzt bei 18 von aktuell 35. Bisher würde ich sagen, klar, die Monster sind so das Abstruse. Ansonsten bleibt es dann doch relativ auf dem Boden. Es gibt ein bisschen Situationskomik, aber jetzt nichts allzu abgedrehtes. Also da würde ich sagen, es ist jetzt nicht über dem Schnitt. Also ich glaube, wer Horror-Monster erwartet, der hat, glaube ich, im Mittelwert irgendwie eine Erwartung von, da kommt ein Vieh, die Leute müssen es irgendwie besiegen. Vielleicht gibt es noch irgendwelche magischen Elemente oder sowas oder übernatürliche sowieso. Es sind ja Monster. Da würde ich jetzt aber nicht sagen, da muss man die Messwerte extrem hochlegen. Also ich sage mal, dieser solide Monster-Horror, das ist das, was man da, glaube ich, erwarten kann, wenn man das auf bizarr oder abstrus nutzen möchte. Das klingt doch nach einer Sache, die, wo ist die erschienen? Ist das Image, war es, gell? Image Comics, genau. Ja, da gibt es ja nur regelmäßig online entsprechende Sales. Also wenn man eben Bock hat, auf Englisch zu lesen. Ich glaube, du liest ja auch im Regelfall auf Englisch. Da gibt es auch, wenn man auch Bock auf digitale Comics hat, ich denke, das ist so eine Reihe, gerade die Einzelnen sind bei Image im Regelfall sehr günstig. Da haltet man die Augen offen. Das klingt ja nach echten Leseempfehlungen. Und da sollte man vielleicht auch mal einen Blick riskieren. Du weißt ja, wie das bei uns ist. Das ist natürlich bei 18 Heften, also drei Trades, ein bisschen schwierig mit dem Durchschnitt. Aber kannst du so eine, also würdest du, wenn du eine Bewertung abgeben müsstest, so in Punkten gemessen, ist es schon das große Meisterwerk, was hier fünf von fünf Punkten kriegen würde? Nee, die vergebe ich ja nur selten. Würde ich dem auch nicht geben. Ich bin, wie gesagt, positiv überrascht, weil es eben die Stärken, die so eine Serie in diesem Genre haben kann, wirklich gut ausspielt. Also wie gesagt, es ist keine Charakterstudie. Man muss ja jetzt nicht erwarten, dass man da Figuren bekommt, die bis ins letzte Detail sofort ausgearbeitet werden. Das entwickelt sich alles so ein bisschen. Aber es ist ja nicht nur das. Und diese anderen Disziplinen, also Chemie zwischen den Figuren, die Kreativität, was auch diese Monster angeht, das ist ja auch immer so ein Punkt, weil die sind ja nun mal sehr im Fokus hier. Auch die ist, finde ich, sehr hoch. Es gibt, glaube ich, ein Monster, da fühlt ich mich dann sehr an Creepers Creepers erinnert, aber das nur nebenbei. Und da sammelt ja schon viele Punkte. Und ich fühlte mich halt super gut unterhalten. Fünf von fünf, das gebe ich nur selten. Da fehlt dann vielleicht noch ein bisschen was. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, mal diese Reihe zu Gemüse zu führen. Bisher super Spannungsbögen, immer wieder auch Höhepunkte, die man vielleicht auch nicht so unbedingt immer erwartet. Ja, also gerne reinschauen. Du hast es selbst schon gesagt, vielleicht im Online-Sale. Ich habe die Trades jetzt hier in Papierform. Kann ich auch empfehlen. Da wird sie auch sicherlich irgendwann von Image, wenn man Sammler ist und auf sowas Wert liegt, irgendwann eine gebundene hier von diesen Sondereditions da geben. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Prestige? Ne, da haben wir einfach Special Edition. Deluxe, okay. Deluxe, danke, danke. Das habe ich gefehlt. Deluxe, genau. Image springt ja auch regelmäßig von erfolgreichen Reihen, Deluxe-Editions raus. Wer sowas mag. Also es gibt, glaube ich, sämtliche Formate, in denen man sich die Serie zu Gemüte führen kann. Mir hat es Spaß gemacht. Schaut mal rein. Und viel Spaß damit. Mega. Alex, klingt das wie eine Reihe, die du dir jetzt auch vielleicht mal geben könntest? Definitiv. Also ich muss gestehen, ich habe mir das gleich auch mal angesehen und auch vorgemerkt, dass ich gucke, ob da in Erlangen nicht vielleicht auch irgendwo ein interessanter Sale ist oder bei den diversen Händlern mal zu stöbern. Ich lese auch gerne digital, aber ich muss gestehen, ich habe gemerkt, da versauert bei mir auch viel zu viel. Also wenn ich das in meinem Schrank habe, wenn der Schrank zusammenbricht, dann merke ich, da ist noch was zu lesen. Geh mal ran. Weil über Humble Bundle habe ich inzwischen so viele Digitalkomics. Und bei dem, das klingt, als wäre es zu schade, wenn der versauert. Und wenn du sagst, du hast schon so viel, ich glaube gerade bei Humble Bundle war das dabei. Ich bin mir ein, ich habe auch mindestens die erste Ausgabe in so einem Bundle dabei gehabt. Ich muss gestehen, ich habe in letzter Zeit, wenn ich Humble Bundle irgendwo sehe, ich klicke dann immer schnell weg, weil ich weiß, das ist zu verlockend. Ja. Also, ich sage dazu, ich muss sagen, ich habe mittlerweile sehr viel im Papier hier und meine Regale brechen bald zusammen und ich habe es trotzdem nicht geschafft, da mal diszipliniert ranzugehen. Mittlerweile würde ich sogar sagen, auch wenn ich absolut kein Freund von irgendwelchen Online-Digitalformaten von Büchern oder Heften bin, zumindest glaube ich, die ersten Hefte kann man sich da durchaus mal anschauen. Und wenn man sagt, ja, das ist es, dann glaube ich, tut man sich auch nicht weh, wenn man da noch mal ein paar Euro für das Trade ausgibt. Ja, aber das muss ja jeder handhaben, wie er das möchte. Stimmt. Was hast du eigentlich zuletzt für einen Comic gelesen, Alex? Ich habe gestern von Marvin Clifford einen Solo-Comic gelesen, berühmt für einen Tag. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, ob Marvin Clifford jetzt ein Begriff ist, Schissler-Weng oder Shakes and Fidget. Es sagt wahrscheinlich so ein bisschen den WoW-Freunden was. Ja. Also, das sind die Namen, die mir jetzt so sagen ist. Das sind, also, was ist das genau? Ähm, das ist so, also, ich hole mal ganz kurz aus. Marvin Clifford ist ein Illustrator, der auch, äh, Tages-Comics macht, wie gesagt, WoW-Satire, etc., hat einen sehr gefälligen Humor und der hat mal versucht, eine geschlossene Geschichte zu schreiben. Er wollte mal ein bisschen was Tiefsinnigeres machen und da hat er sich eine Geschichte überlegt mit einer Figur namens Murphy, der halt Murphy-mäßig halt nur Pech wieder erfährt und das beleuchtet er aus verschiedenen Perspektiven, natürlich sehr humorisch unterlegt, ähm, 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 sehr Schenkelklopfer-artiger Humor, also, das meine ich jetzt nicht negativ, sondern, äh, wer Schüsseler Weng oder sowas anderes von Marvin Clifford mal gelesen hat, der weiß, äh, bei ihm wird eher laut gelacht. Okay, klingt spannend. Ähm, und da ist das dann eine Sache, wo du, ähm, das, also, wo wir auch eine Rezension oder was von dir auf deinem Blog lesen können oder machst du das mehr so für dich? Ne, also in diesem Fall auf jeden Fall, äh, der Comic ist nicht mehr ganz tauffrisch, ich meine, der ist von 2016, ähm, aber es ist bis heute die einzige richtige Solo-Story, die Marvin Clifford geschrieben hat und er, ich hab von ihm auch erfahren, dass ihm das sehr wichtig war, das mal auszuprobieren, um mal aus seinem gewohnten Format auszubrechen und deswegen find ich sehr interessant, auch mal da mal zu gucken, wie gut hat das funktioniert? Ich bin mir immer noch nicht, äh, schlüssig. Mhm. Was aber auch daran liegt, dass ich mir den Humor-Stil von Marvin jetzt nochmal da doch detaillierter ansehen muss, weil es ist was anderes, wenn jemand wie, äh, wie Flix oder Marvel, also die großen Namen aus der deutschen Comic-Szene, was schreiben, dann weiß man, das ist ein Verkaufsschlager und man weiß, man hat da was und wenn dann halt so ein, äh, jemand mit so einem kurzweiligen Humor was macht, dann weiß man natürlich nicht genau, was soll ich denn damit? Und deswegen möchte ich da mal genauer rangehen und gucken, wie es ist. Zeichnerisch ist es super, Marvin ist ein unglaublich talentierter Typ, äh, da muss man gar nichts zu sagen, es ist wirklich so eine Stil- und Humor- und Timing-Frage. Alles klar. Aber bevor wir jetzt gleich auf dein Thema zu sprechen kommen, das du heute mitgebracht hast, wollte ich nur kurz den Nick verabschieden, denn der junge Mann hat vorhin noch dieses, wie heißt es, Sport, glaube ich, heißt es, das musst du heute noch machen, gell? Ja, es ist tatsächlich so, da kann man es aber vielleicht auch nochmal irgendwas irgendwann zu sagen, ich habe es tatsächlich geschafft, diesen Schweine zu überwinden und Spaß daran zu haben, ins Fitnessstudio zu fahren, hätte ich mir nie denken können. Mittlerweile brauche ich das sogar so ein bisschen, ja, tut mir leid, dass es heute so kurz war, ich bringe mich eigentlich gerne ein, ich gucke mir auf jeden Fall eure Plattform an, das mache ich tatsächlich sogar immer, gerade wenn es um Comics geht oder auch mal so ein paar etwas außergewöhnliche Sachen. Ja, viel Spaß euch noch. War wieder schön, danke, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Bis dann, tschüss. Genau, also ihr merkt schon bei uns im Stammtisch, das ist so wie das bei einem Stammtisch in der Kneipe auch ist, da kann jeder kommen und gehen, wann er will, wir sprechen uns natürlich ein bisschen ab, es gibt so ein grobes Konzept, aber eigentlich ist es eine ganz offene Runde, aber wir müssen mal gucken, wie das langfristig läuft, ob wir sowas vielleicht auch mal live machen können, wo dann tatsächlich auch noch ein bisschen mehr Fluktuation stattfinden kann, da müssen wir einfach mal schauen, aber bei uns kann auch jeder mit dran teilnehmen, da muss man jetzt nicht grundartig ausgestattet sein, man braucht nicht, wie das der Ruben zum Beispiel hat, ein ganzes Radiostudio im Hintergrund, wo man mit fantastischen Mikros mega die Aufnahmen reißen kann, es genügt auch, wenn man sich zum Beispiel wie die Pia über die Xbox einwählt oder wir hatten zuletzt den Alex zu Gast, der über sein Smartphone mit uns gesprochen hat und das ist in der Summe schon eigentlich alles völlig in Ordnung, man muss es ja auch nicht übertreiben, also da behaltet es mal auf dem Schirm. Ja, ziemlich cool. Genau. Alex, wie sieht es denn aus? Über was wolltest du heute mit uns sprechen? Du hast da was ganz Interessantes mitgebracht, ne? Ja, ich komme von dieser Retro-Cyberpunk-Welle, die im Moment so ein bisschen gefühlt hochschwappt, nicht weg. Das liegt jetzt daran, ich bin da jetzt natürlich wieder spät dran, Freddy Player One lief im Kino und der eine oder andere wird mitbekommen, ja, es ist eine weitere Buchverfilmung und wenn man noch genauer hinschaut, schaut man, das Ding kommt sogar eigentlich aus diesem Cyberpunk-Genre und ich habe es gesehen, ich habe das Buch gelesen, ich habe die Hörbuchverfassung mir auch nochmal angehört. Ich auch. Und? Ich frage das erstmal, bevor ich was sage. Achso, was willst du wissen, wie ich das fand? Also den Film habe ich gesehen? Ja, yay, nay und noch eine grottige Verfilmung. Nee, also ich bin positiv begeistert, also richtig begeistert gewesen. Ich wollte unbedingt auch eine Kritik online stellen, ich habe es aber nicht geschafft. Ich bin in den letzten Wochen so im Stress gewesen und ich feiere diesen Film so sehr, ich habe davor das Buch nicht gehört und ja, oder gelesen. Ich kannte es nicht. Ich wusste aber, dass es eine Buchverfilmung ist, aber das war mir egal, ich gucke mir die Filme trotzdem an und ja, und weil dieser Film mich so begeistert hat, ich war hin und weg. Ich habe so oft gelacht im Kino, es waren so viele Easter Eggs drin, die ich verstanden habe, weil in diesem Film auch aktuelle Games irgendwie genommen worden sind, nicht nur aus den 80ern, weil die teilweise auch nicht alle Rechte bekommen haben, sie konnten ja nicht alles übernehmen. und ich habe so viel gelacht und irgendwie die Leute, die im Kinosaal waren, haben dann teilweise gar nicht gelacht. Also viele haben das gar nicht verstanden, was man da gesehen hat und ich feiere den Film so sehr und danach habe ich direkt das Hörbuch gekauft oder bei Audible, ich hatte da so ein Abo oder sowas und dann habe ich das runtergeladen und habe dann innerhalb von einer Woche dann das Hörbuch schnell runtergerattert, überall gehört, im Auto, beim Spülen, beim Haushalt. Also ich habe auch dieses Hörbuch so gefeiert, auch wenn natürlich beides ein bisschen anders war. Die Story war ein bisschen anders, da wurden einige Dinge abgeändert. Natürlich für Film ist das immer ein bisschen anders. Feiere ich trotzdem beide, also beide Produkte in dem Sinne, auch wenn es verschiedene Medien sind, extrem. Und das Hörbuch, ich habe so oft gegrinst. Ich dann wirklich, ich habe gespült und habe dann dieses Hörbuch gehört und ich habe ja keine Spülmaschine. Ich muss auch extrem oft spülen und auch lange spülen, weil ich auch nicht direkt am selben Tag spiele. Ich muss es immer einweichen lassen und sowas. Und ich habe so oft gegrinst, ich habe beim Spülen gegrinst und ich fand das so spannend und ich habe es gefeiert. Also ich feiere beide Produkte extrem. Also ich bin auf deine Rezension gespannt und ich würde sagen, da kannst du dir im Zweifel auch Zeit lassen. Ich habe den Eindruck, der Film, der wird sich lange halten, der hat so ein bisschen Klassikerpotenzial. Aber deswegen zum Film, finde ich, muss ich jetzt gar nicht so viel sagen, du hast das meiste eigentlich richtig schön abgerissen. Also es ist eine richtige Retro-Kultwelle. Warte mal, irgendwie, achso, Entschuldigung, eine Katze hat hier gerade Papier entdeckt. Ich entschuldige die Katze. Aber was mich eigentlich los... Ja, vielleicht zwei davon sogar. Also viele können sich ja darüber beschweren, dass der Film wieder mal was ändert und wieder so Hollywood muss wieder alles glatt bügeln. Ich habe echt gar kein Problem, weil in meinen Augen hat das Buch auch ganz starke Probleme. Und ich habe mit dem Buch, ich will es mögen, ich will es lieben, aber ich kann nicht darüber hinwegsehen, dass das Buch unglaublich flache Charaktere hat und über auch so Sachen wie sterbende Figuren finde ich schon einen sehr fragwürdigen Umgang mit hat. Also da habe ich halt meine Probleme damit, dass das Buch eigentlich so einen hohen Kultstatus hat. Und ich frage mich deswegen, warum hat das Buch so einen Kultstatus? Nur weil es halt gekonnt mit diesen verschiedenen Retro-Versatzstücken arbeitet. Was macht wirklich Retro aus? Wo ist jetzt der Unterschied? Kann ich dem Buch... Das Buch ist von 2011. Zu der Zeit gab es das, was das Buch beschreibt, mehr oder weniger die Konzepte, die waren alle nicht neu. Das hat man alles schon gehabt. Wir wussten, es geht Richtung Virtual Reality. Das ist so gesehen alles nicht visionär. Ist das Grund genug, dem Buch seine Existenz recht abzusprechen? Ich finde, nein. Aber ich weiß auch nicht, was jetzt nötig wäre, um einen neuen Klassiker wie naja, sagen wir, nehmen wir die Großen, nehmen wir New Romancer, nehmen wir Snow Crash oder auch Back to the Future. Was ist nötig, um sowas zu machen, nochmal so einen Meilenstein hinzulegen, der diese Mischung aus cooler Story und Kulturverweise auf so eine lockere, unverklemmte Art und Weise verbindet? Das weiß ich nicht. Da haben wir ja zum Glück hier heute den Seenat dabei, der, glaube ich, da ja auch mehr als nur drinsteckt in diesem Thema. Oh mein Gott. Ich würde das einfach mal so ein bisschen, also das ist natürlich eine sehr große Frage, die man hier stundenlang diskutieren kann, aber wie ist das denn da, wie ist denn da so dein Eindruck? Was ist da, was macht Retro beziehungsweise dieses Flair aus und vor allem, kann man sowas nochmal schaffen heutzutage? Also, als erstes erstmal Dankeschön, dass du mir gesagt hast, dass da irgendwelche Personen drin sterben, ich habe den Film nicht gesehen, ich habe das Hörbuch nicht gehört, ich habe das Buch nicht gelesen. Das tut mir jetzt sehr leid, aber für die Handlung ist es nicht so schlimm. Es gibt Schlimmeres, es gibt wirklich Schlimmeres. Ich weiß noch nicht mehr, was ich gestern gemacht habe, von daher ist alles im grünen Bereich. Abgesehen davon, seit bewusst, also ich hole jetzt mal ein bisschen aus, vielleicht versteht ihr, worauf ich hinaus will, Beispiel Herr der Ringe. Seit ich Herr der Ringe gelesen habe und die Filme dazu gesehen habe, kann ich sehr gut zwischen Film und Buch unterscheiden und kann auch sagen, Buch ist gut, Film ist gut und wenn ich mich mit so einem Herr der Ringe-Nazi unterhalte, der dann die Filme verflucht, weil dies da nicht vorkommt oder das anders ausklamüsert wurde, nee, also auf sowas lasse ich mir jetzt gar nicht ein. Also dann verlasse ich die Gespräche ganz aus dem Grunde, weil ich persönlich versuche immer noch zu unterscheiden, ja, das ist ein Buch und du bastelst dir diese Bilder im Kopf zusammen und das andere ist, was ein Regisseur und was die Visual Effects und die Darsteller und so weiter ja, für die Kinolandwand zaubern. Ja, das sehe ich auch so, sehe ich genauso wie du und ich reg mich immer darüber auf, wenn die Leute immer sagen, ja, das Buch war aber besser und ich sage so, ja, natürlich war das Buch anders, aber es ist ein komplett anderes Medium. Du kannst das nicht miteinander vergleichen. Das ist so, wie wenn du Äpfel mit Birnen vergleichst, ein Apfel ist auch ein Obst und eine Birne ist auch ein Obst, aber du kannst das dann nicht miteinander vergleichen, weil es halt eben anders schmeckt und es gibt dann Leute, die lieber Birnen essen und es gibt Leute, die lieber Äpfel essen. Und da gibt es auch Menschen, die gerne Obstsalat essen und beides konsumieren und sich damit überhaupt nicht, oder die überhaupt kein Problem damit haben. Genau. Naja, also ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich finde schon, es gibt da schon einige Beispiele, wo man wirklich sagen muss, da haben Filmemacher nicht so wirklich verstanden, was dieses Buch überhaupt ausgemacht hat und was irgendwie wirklich das Gute an diesem Buch war. Also wenn ich da an so gewisse Harry Potter-Teile denke, dann muss ich schon sagen, es gibt schon auf jeden Fall schlechte Herangehensweise, um ein Buch umzusetzen. Also es gibt natürlich ganz viele tolle, positive Beispiele, aber ja, es ist auf jeden Fall möglich, ein Buch schlecht zu verfilmen und da kann man auch wirklich sagen, finde ich, legitimerweise, ja, das Buch ist halt einfach besser. Ja, also ich denke, also ich sehe das trotzdem noch ein bisschen anders, weil ich sehe das, wenn ein Film gemacht wird, ein Drehbuch geschrieben wird. Im Prinzip ist die Zielgruppe in erster Linie der Kinobesucher, der, der regelmäßig ins Kino geht und in zweiter Linie natürlich die Fanbase, das ist richtig. Die Leute, die die Bücher kennen, die die Story kennen, die gespannt sind, wie das umgesetzt wurde. Aber ich selber, also ich bin ja auch Herr-der-Ringe-Fan, ich gehöre zu Herr-der-Ringe-Fanbase. Damals bin ich mit, mit Lab, die Cosplayer, heute werden das jetzt Cosplayer, aber das waren Freunde, die dann Live-Action-Roleplay gemacht haben, die sind auch verkleidet hingegangen, mit denen bin ich hingegangen. Aber wir haben von Anfang an gesagt, das wird ein Film, der wird ein bisschen anders sein. Wir haben ja auch alles im Internet verfolgt. Gab es da so eine Seite, die nannte sich irgendwie Herr-der-Ringe-Film.de und wir wussten, es wird anders sein und man muss das auch differenziert betrachten und einfach sich öffnen und einfach sagen, okay, wurde ich jetzt als Kino-Besucher, wurde ich unterhalten, habe ich Spaß gehabt, hat es mich begeistert, fand ich es gut, ja, und wenn man das halt mit dem Buch vergleicht, so, ja, das war nicht drin und das war nicht drin. Mir ist gerade in den Gedanke gekommen, jetzt stelle ich mal eine These in den Raum. kann es sein, dass die enttäuschten Kinogänger, also die Buchfreunde, dass die Enttäuschung auch daran begründet, weil diese Buchfreunde, weil es da noch an Verständnis mangelt, was das geschriebene Wort ausmacht, wie sehr sich die Visualisierung im Kopf von der Visualisierung auf einer zweidimensionalen Leinwand plus der ganze Prozess dahinter, wie sehr sie das unterscheidet und dass ihnen gar nicht bewusst ist, wie enorm diese Freiheit im Kopf einfach ist und wie unzumutbar das ist zu sagen, ich habe das gelesen, so muss es auf der Leinwand sein, weil das ist das, wie ich es mir vorstelle. Ich habe das Gefühl, das ist oft das Argument, was kommt. Ja, also das ist sicherlich auch so ein Argument, was einige Buchleser da haben. Trotzdem finde ich, kann man auf jeden Fall sagen, selbst wenn es zwei unterschiedliche Medien sind, gibt es gute Möglichkeiten, ein Buch umzusetzen, zum Beispiel, oder ja, das Mediobuch zu benutzen, es gibt gute Möglichkeiten, das Medium Film zu nutzen. Und ich finde, ich glaube schon, dass es da gewisse Überschneidungen gibt, also dass es Dinge gibt, die ein Buch einfach von der Geschichte her zum Beispiel besonders machen, ja, dass man, wo im Film dann, meinetwegen, ja, von der Geschichte her Dinge fehlen können. Also da gibt es, glaube ich, schon Überschneidungen, was Buch und Film ausmacht und wenn es da so eine Differenz gibt, ja, wenn da, wie gesagt, Filme einfach nicht verstanden haben, ja, was dieses Buch so besonders macht, was dieses Buch so gut macht und, ja, ist einfach schlecht verfilmt. Vor allem, weil du jetzt gerade Herr der Ringe angesprochen hast, da sind sich ja, glaube ich, alle einig, dass das einfach eine wirklich wunderbare Verfilmung von einer Romanvorlage war und dass es wirklich dem Medium filmgerecht geworden ist und auch dem Buch auf jeden Fall treu war. Naja, Max das Beste aus dieser Vorlage gemacht hat, aber wenn man da jetzt zum Beispiel weitergeht und sich die Hobbit-Filme anguckt, dann sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Ich glaube, da findest du viele Menschen mich eingeschlossen, die sagen, da hätte man auf jeden Fall einen anderen Ansatz wählen können und das wäre wahrscheinlich am Ende auch zu einem besseren Film geworden und dann kann man, finde ich, auf jeden Fall schon sagen, da hat das Buch auf jeden Fall besser verstanden, wie man eine spannende, dichte Geschichte erzählt, ja, die einfach nicht zu viel will zum Beispiel, wie es dann die Filme getan haben. Darf ich ganz kurz noch was dazu sagen? Klar. Also bei Herr der Ringe muss ich aber auch sagen, ich weiß nicht, ob sich da einige daran erinnern können, da gab es ganz, ganz viele Veränderungen, also allein das Frodo, der hat ja noch einen ganz großen Umweg im Film gemacht, das hat er im Buch nicht gemacht und, oh Gott, wie hieß denn jetzt noch die große Liebe von Aragorn, Arwen, genau, Arwen, die war dann auch irgendwie ganz woanders, da war es ja auch nicht im Buch und haben da schon, genau, wollte ich gerade sagen, Tom Bombadil war auch nicht da, da haben sich einige Fans beschwert, also da wurden ganz große Änderungen gemacht, genauso wie in der Hobbit-Verfilmung Änderungen gemacht worden sind, wobei ich aber auch sagen muss, dass in der Hobbit-Verfilmung habe ich das Gefühl gehabt, dass viel von einem Simmerillon, das ist ja auch ein Buch von Tolkien, da viel übernommen worden und mit ein, mit ein hat fließen lassen, ja, irgendwie, ja, genau, und dann gab es ja noch eine weibliche Elbe in den Hobbit, weil es dann sonst zu viele männliche oder zu viele männliche Charaktere gab, fand ich an sich auch nicht schlecht, fand ich gut, weil es einfach den Film interessanter macht und ich finde solche Änderungen vollkommen in Ordnung, weil man dann sich einen Film anguckt und das Buch kann ruhig anders sein und deshalb bin, ich bin für sowas offen und jeder hat natürlich seine Meinung und ich finde beide Medien total genial und es muss nicht eins zu eins eine Buchverfilmung sein, deshalb fand ich Herr der Ringe damals auch sehr, sehr toll, ich habe auch sogar, auch wenn mich jetzt einige hassen werden, ich habe Twilight gelesen, die Bücher zuerst, die kannte ich zuerst, da war ich noch ein bisschen jünger, aber ich fand die Bücher auch gut und habe die Verfilmung auch da gesehen und fand die Verfilmung auch gut und ja, soviel dazu, da kann ich jetzt auch einen ganzen Roman erzählen, aber ich würde mich jetzt nicht zu lange davon aufhalten. Zumindest würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, also ja, das ist, genau, das ist da, genau, dass jedes Medium im Grunde seine eigene Herangehensweise hat und dass es auch okay ist, wenn ein Film Sachen anders macht, ja, dass es auch dazugehören kann und dass es trotzdem zu einem guten Film führen kann, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Sollen wir mal ganz kurz, Entschuldigung. Nee, ich wollte nur ganz kurz noch einbringen, gerade weil bei Herr der Ringe ja viel diskutiert wurde, es zeigt sich ja oft erst im Nachhinein, bei Herr der Ringe, damals gab es ja auch ewige Diskussionen eben über die Änderung, Peter Jackson hat sich am Ende ja sogar noch entschuldigt und dennoch, Herr der Ringe steht heute, denke ich, als ein Klassiker da und zeigt wirklich, wie etwas als unverfilmbar geltendes mit minimalsten Qualitätsabstrichen gemacht werden kann. Ja. Während gleichzeitig der Hobbit, denke ich, kollektiv bei den meisten eher als Flop gilt. Es ist gut, es ist schön, aber es zeigt, wie schwer das ist, also wie schmal der Grad zwischen Klassiker und Scheitern ist. Aber dazu wollte ich auch nochmal sagen, ich glaube, der Hobbit ist deshalb so ein Flop geworden, es ist nichts Neues, weil Herr der Ringe war für viele, schätze ich mal, so eine neue Filmrichtung, dass sowas riesengroßes, episches gab es vorher nicht und die Filme werden mittlerweile immer besser, immer besser und die ganzen Marvel, dann die ganzen Superheldenfilme, die DC-Filme, das wird immer spektakulärer, bildgewaltiger, aufwendiger, teurer, da war der Hobbit einfach nicht mehr, ja, nicht mehr neu, würde ich jetzt sagen. Naja, das würde ich eher ein bisschen anders sehen, tatsächlich, es wird jetzt wahrscheinlich auch den Rahmen sprengen, aber, ja, ich glaube, Herr der Ringe und der Hobbit, das sind einfach gute Beispiele dafür, wo man einfach sieht, dass es Qualitätsunterschiede gibt zwischen, ja, wie man eine Vorlage eben verfilmt und ich glaube, ich glaube, da kann man schon Unterschiede sehen, auf jeden Fall. Ich wollte noch sagen, ist euch das übrigens aufgefallen, dieses Jahr, ich glaube, im Dezember 2003 kam die Rückkehr des Königs raus, das heißt, 15 Jahre ist das schon her, dass diese Filmtrilogie abgeschlossen ist. Das ist schon echt krass. Die Serie ist in der Planung, ja. Ich habe da noch im Kino gearbeitet und habe die Rollen geschnitten. Oh Gott. Ja. Das war einer der ersten Filme, den wir komplett auf DVD bekommen haben in der Videothek. Ich habe zu der Zeit gejobbt. Krass. Da war gerade der Wechsel von VHS auf DVD. Willkommen zu Retro. Genau, wollte ich gerade sagen, da kommen wir zu Retro, ja. Ich wollte eigentlich in eine ganz andere Richtung einschlagen, aber gut, machen wir so rum. Nein, ganz im Ernst, wir waren ja gerade bei Filmen und vor kurzem hatte ich auch, also wir haben jetzt gerade darüber gesprochen von Buchverfilmung, also Buch, Film und jetzt gehe ich von Film, Spiel. Und zwar, wir haben vor kurzem, ich habe vor kurzem, also ihr seid ja, seid ihr bei Twitter unterwegs so ein bisschen? Ja. Bisschen. Ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, mein Lieblingsvideo, ganz toll. Irgendwann habe ich angefangen, Retro-Kram, Retro-Bullshit, allen möglichen Krimskrams montags zu posten unter dem Hashtag Retro-Montag. Und irgendwann habe ich mit dem Selma von Pretty Old Pixel angefangen, so eine Art Video-Pseudo-Podcast zu machen. Also wir haben uns dann Montagabend hingesetzt und haben den Kram, den die Leute unter dem Hashtag Retro-Montag gepostet haben, einfach bequatscht. So ein bisschen, ob wir das Ding kennen, ein bisschen was Privates dazu, wenn möglich vielleicht ein bisschen ein paar Fakten aber ansonsten eigentlich ein relativ lockerer Talk. So, jetzt komme ich gerade wieder zu dem eigentlichen Thema. Dann war da ein Buch und zwar war es das Buch zu Super Mario Brothers, also das Buch zum Film, zum Spiel. Das Buch zum Film, zum Spiel. Das Spiel Super Mario Super Mario Brothers wurde ja verfilmt. Ja, genau. Genau, Mit Bob Hoskins. Realverfilmung. Ja, das kenne ich noch. Genau. Und da ist so ein Ding, da haben wir auch kurz drüber unterhalten, von wegen, so nach dem Motto, was kann man eigentlich aus dem Spiel rausziehen? Jetzt wiederum andersrum gedreht. Wieso hat man das genauso verfilmt, wie man es verfilmt hat? Und ihr wisst ja von wegen, dass Bob Hoskins und Dennis Hopper nachträglich auch gesagt haben, wegen, ey, das war so ziemlich das Beschissens, was wir jemals gemacht haben. Ja. Und ich habe den jetzt, vorgestern habe ich den nochmal gesehen und ich fand den als Teenie, fand ich den super, weil, oh mein Gott, das sind ja meine Spielfiguren im Fernsehen, in groß, in echt. Und dann irgendwann, so ein paar Jahre später, wie gesagt, vor einer Woche oder so, dachte ich mir, mein Gott, wie konnte ich das gut finden? Und jetzt die Frage an euch, habt ihr irgendetwas, was ihr als Teenie-Kind-Jugendlicher total geil fand und gefeiert habt und dass ihr euch vor kurzem nochmal angesehen habt oder gespielt habt und dachtet ihr, oh mein Gott, das ist so schlecht und in dem Augenblick, wo ihr es gemacht habt, sind all eure Kindheitserinnerungen so dermaßen zerbrüttelt? Go, go, Power Ranger! Der Film war gut. Das war echt schöne Unterhaltung. Die Comics sind übrigens ganz toll, das haben wir vor kurzem hier schon zum Thema gehabt, aber das wäre so mein Beispiel. Okay. Ich hab vor ein paar Jahren nochmal, hab ich angefangen, alte Trickfilm-Serien nochmal reinzuschauen. Die meisten sind erstaunlich gut gealtert, bis auf die Animation von Captain Future, aber was zerbrochen ist, als ich Mask nochmal angeschaut habe, oh ja, da hab ich, ich hab vorher immer gedacht, ach Mask, das war so, das war so das etwas coolere Transformers, das war so mehr so der Geheimtipp, das kannte man nicht so und ich guck das und da hab ich gedacht, nein, das halte ich nicht aus. Das ist zu viel, ich muss wechseln, weil ich hab in Thunderhawks reingeguckt, nee, Thundercats, Entschuldigung, Thundercats. Thunderhawks muss ich nochmal machen. Thundercats, das ist super gealtert. Die Silverhawks sind, nee, das ist auch nochmal, es gab aber glaube ich auch die Thunderhawks. Okay. Eine Thundercats. Nee, Thundercats waren die Trickfilme und es gab auch noch Thunderhawks mit den Puppen in ihren Raumschiffen auf dieser geheimen Insel. Thunderbirds. Thunderbirds, okay. Irgendwas mit Thunder und so, kenn ich. Es geht auf die Samurai-Pizzacats. Genau. Die Silverhawks hab ich auch eingeschaut, die haben sich auch sehr gut gealtert, die kann man glaube ich immer noch ganz gut gucken, auch erzählerisch. Wusstet ihr, dass Shira neu gemacht wird von Netflix? Wie geil, oder? Ich hab's noch nicht gesehen, also ich hab das alte nicht gesehen, meine Freundin hat mich dafür schon ganz schön runtergemacht. Kann man sich auf einmal zu einem Primern gucken, ist da drauf, ich hab's versucht, das ist natürlich ein bisschen anstrengend. Saber Rider. Das ist aber auch geil. Saber Rider hab ich auch geguckt. Das geilste Intro einer Trickfilm-Serie, das ich je gehört habe. Ja. Saber Rider. Neben, jeder kennt die Hero Turtles. Das ist auch nice. Oh, und Mila kann fliegen, aber gut. Oh ja, Mila kann natürlich fliegen. Ich hab ja auch noch die Blu-Ray mit Marshall Braves da grad liegen. Fand ich auch gut. Ja, aber ihr merkt schon, das sind doch alles Sachen, die man natürlich mit einer Zeit verbindet, als man sie erstmalig gesehen hat. Zum Beispiel auch eine Sache, die man ja den Star-Wars-Filmen auch immer so nachsagt, dass sie vor allem deshalb jetzt in der Gemeinde, der Fangemeinde so gut ankommen, weil sie gesehen worden ist, als wir alle irgendwie Kinder waren oder als diejenigen, die sie gesehen haben, eben Kinder waren und eben auch vieles mit Kindesaugen wahrgenommen haben. Jetzt ist natürlich ein gewisser Abstand da und man betrachtet das mit einer neuen Perspektive und naja gut, da muss man eben dann vielleicht auch Abstriche machen oder versuchen, das mit einem anderen Charme zu sehen. Ist das nicht ein ganz wesentlicher Aspekt von Retro? Ist es nicht genau das, was Retro gerade in diesem Nerd-Bereich zu dem macht, ist, was es ist? Ja, gebe ich dir recht. Allerdings sollte das da nicht Gedanken beziehungsweise na, wie heißt das? Das gute Gefühl kaputt machen, was manchmal passiert, sondern eher das gute Gefühl stärken. Das warme Gefühl, was du hattest bei VHS-Kassetten, wenn die irgendwie hängen geblieben sind beziehungsweise das super nette Klack, also das saftige Klack einer SNES, wenn du da den Power-On-Schalter angemacht hast und in dem Augenblick, wo du Power-On gemacht hast, kam auch das Game. Und das sind alles, das erlebe ich halt jedes Mal bei uns im Museum als Beispiel, da sind ziemlich viele Jungs, Jungs sage ich, da sind ziemlich viele Männer in meinem Alter, 37, die sich tierisch darüber freuen und total voll Pipi in den Augen haben, wenn die da nochmal Pac-Man spielen. also 37 und älter so rum und das freut mich dann immer. Ich konnte mich zum Beispiel niemals für Pac-Man begeistern, das war so eine Generation vor mir. Allerdings, was ich sehr, sehr interessant und sehr, sehr geil finde, sieht man auch auf der Gamescom, wenn wir da unsere Automaten hinstellen, sind die ganzen Kiddies und damit meine ich wirklich Kiddies, also irgendwas zwischen 5, 6, 7 und 10, 12, 14, die sich dann da hinstellen und erst mal so kein Touchscreen und dann auf einmal durch dieses simple Spielprinzip irgendwie in einem Ding hängen und dann noch alle Leben verspiegeln. Also es ist nicht so, dass sie dann irgendwie das Spiel irgendwie starten, also sozusagen einen Coin einwerfen, also den Coin-Button drücken und dann irgendwie so nach 3, 4, 5 Bewegungen ach nee, das ist doof und dann gehen, nein, die bleiben wirklich dran. Und eine sehr, sehr schöne Story ist, da ist ein Kerl, der kommt jedes Jahr zu Gamescom mit seinem Sohn, der Sohn ist mittlerweile glaube ich 13 oder 14, der Kerl hat einen Donkey Kong Tattoo auf dem Oberarm und er kommt halt mit dem Sohn auf die Gamescom, lässt seinen Sohn dann irgendwie rumlaufen und bleibt den ganzen Tag an dem Donkey Kong Automaten bei uns in der Museumsecke und dann kommt sein Sohn und dann spielen die beiden gemeinsam und das ist so ein schönes Bild, ohne Witz und da habe ich ihn auch mal gefragt, also ich habe irgendwie, kam so ins Gespräch mit ihm und er meinte, ja, wie du siehst, ich habe ein Tattoo, ich liebe das Spiel, das war das, was er mit seinem Vater gespielt hat und er findet es jetzt gerade gut, dass sein Sohn das simple Spielprinzip ebenfalls so mag und die beiden sich gegenseitig betteln. So, und das kann ich jetzt nicht richtig beurteilen. Ist das jetzt retro, wenn jemand aus der jetzigen Generation, aus der jetzt Dagi- und Bibi-Generation sich hinsetzen und ein Arcade anschmeißen und 8-Bit-Grafiken und Peep-Sounds gut finden? Ich glaube, das ist schon dieser sehr diffuse Grenzbereich zwischen Retro und Nostalgie. Das erinnert mich sehr stark an die Geschichten, wie, dass man mit dem Vater angeln geht und das macht man eigentlich nur deswegen, weil der Vater wiederum mit seinem Vater angeln gegangen ist und so weiter und so weiter und so weiter. Aber klar, das ist, ich finde, das ist auch ganz klar retro, weil du hast es gerade sehr schön gesagt, man hat sehr starke Gefühlsbindungen, die meist tatsächlich auch ein haptisches Element haben und ich denke, das ist ein Problem. Diese haptischen Elemente sind im Zuge der Digitalisierung leider alle nach und nach verschwunden. Am Anfang hat man gesagt, ja super, endlich keine defekten Speicherkarten oder sonst was mehr und jetzt stehen wir davor und sagen uns, naja, ist alles gut, aber wehe, die Server sind einmal weg. Dann stehen wir gut da. Das ist wahrscheinlich auch so, dass wir jetzt im Moment so im Zeitalter der Nostalgie einfach leben. Ich weiß nicht, vor 50 Jahren oder so, da hat der Vater vielleicht dem Kind noch so gezeigt, wie man, ja, was weiß ich, wie man angelt, wie man irgendwie Spachtel an die Wand haut oder so und heute ist es halt, ja, guck dir mal diesen Film an, der hat mich als Kind richtig begeistert und ich will, dass du dieses Gefühl auch erlebst sozusagen. Das ist wahrscheinlich einfach so ein Generationsding, dass das, ja, dass das den Leuten einfach wichtig ist, ja, und dass die Leute sich einfach immer mehr mit solchen, mit solchen frühen Kindheitserinnerungen und solchen frühen Medien, mit denen die in Kontakt gekommen sind, identifizieren und dass sie das einfach weitergeben wollen, glaube ich. Und vor allem ist es viel breiter geworden als vor 10, 15 Jahren, als du losmarschiert bist oder sagen wir mal 20 Jahren, als du dann, Moment, jetzt mal kurz überlegen, wann war 20 Jahre? Das war 2000, okay. Das ist echt krass. Wenn ich sage, ja, vor 20 Jahren bin ich irgendwie bei 1990 oder sowas. Gefühlt ja, ne? Ja, ist krass. Aber ich glaube, also, jetzt habe ich einen kurzen Phasen verloren. Achso, ja, genau. Ich finde es halt unheimlich interessant, wie breit jetzt diese ganze Reto-Geschichte geworden ist, was einerseits echt schön ist, weil vor 20 Jahren hast du gesagt, das von wegen, ich habe Super Nintendo, da haben die Leute immer noch ausgelacht, weil, oh mein Gott, Playstation, Playstation 2 und so weiter. Und jetzt ist es eher so, hast du ein Super Nintendo, hast voll die Freunde. Also, ich übertreibe jetzt maßlos. Also, ich bin Meister der Übertreibung, die Jugoslawen sind halt so. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass dieses ganze Retro-Nerd-Geek, Krimskrams-Bullshit so dermaßen in der Gesellschaft angekommen ist, dass du sogar, als Beispiel, Saber-Rider-T-Shirts beim H&M kaufen kannst. Abgesehen davon, dass jetzt KISS und AC-DC bei Aldi und Lidl kaufen kannst. Aber generell, mir ging es um dieses Ankommen in der Masse, dass du dich jetzt nicht mehr großartig schämen musst, dass du jetzt sagst, okay, ich bin Videospieler. Das ist es halt eben auch. Ja, Entschuldigung. Du kannst ruhig, ich wollte aber gleich auch was dazu sagen. Was ich mich da schon gefragt habe und ich glaube, dieser Gedanke kam mir schon vor, du hast es gerade gesagt, 20 Jahren, ich weiß nicht, wann kam Kill Bill raus? 2002, 2003? Da bin ich Filme, ja, gesehen, aber schänzungsweise ja. Aber noch mal, Kill Bill ist nicht mehr der jüngste Tarantino-Film und irgendwie bei dem oder dem danach ist mir irgendwie so der Gedanke gekommen, Tarantino lebt zum guten Tag, also seine Filme oder sein Werk lebt davon, dass er Kultur zitiert und neu arrangiert. Er bedient sich aus einem reichwältigen Kulturfondus von fast 100 Jahren und macht daraus neue Meisterwerke. Und das ist toll. Das Problem ist, oder vielleicht ist es aber ein Problem, dass das immer mehr dazu wird, wie du gesagt hast, dieser Verweise oder dieses Einbinden Guardians of the Galaxy mit einem Kassettenrekord auf einmal rennen alle mit einem Walkman rum oder hier, wie gesagt, Marshall Buevster-DVDs oder dass man sich die T-Shirts überall kaufen kann. Einerseits ist das toll, die andere, aber die Frage, die ich mir stelle ist, wenn diese Kultur anfängt, sich immer mehr wie immer weiter auf sich selber zu verweisen, wo entsteht dann originäre Kultur? Wie ist es denn mit Star Wars? Star Wars war damals etwas komplett Neues. Das hat es so noch nie gegeben. Diese Mischung Fantasy und Science-Fiction, wo ja bis heute gestritten wird, ist es Fantasy, ist es Science-Fiction, ist es was ganz anderes. Das gab es nicht. Heute, alles hat er, oder fast alles, hat irgendwie seine Bezüge. Naja, das stimmt ja nicht so ganz. Das stimmt ja nicht so ganz. Also vor Star Wars gab es ja schon Science-Fiction als solches. Ich glaube, der wesentliche Bestandteil, nö, das nicht, aber der wesentliche Bestandteil, und das ist in meinen Augen der Grund, warum Star Wars zu Star Wars geworden ist, ist dieses ganze Merch-Gedöns drumherum. Also während des Films, beziehungsweise nach dem Film, kamen die ganzen Spielzeugfiguren. Das war ja auch nicht so normal, dass dann zu einem Film so ein Franchise geschaffen wird, wo die Leute dann halt den Film mit nach Hause nehmen können. Sei es jetzt als Figur oder nachher nur als Bildchen auf dem Teller. Das war ja auch damals komplett neu. Spielberg war, glaube ich, der Erste, der hat ja gesagt, er will gar nicht so viele Anteile an dem Einspielergebnis. Er will aber die kompletten Merchandise-Rechte. Und die Geldgeber haben gesagt, Merchandise? Wie, was? Ja klar, nimm, nimm. Was ist das? Das war sein Schlüssel zum Erfolg. Gibt es bei Netflix übrigens eine sehr, sehr schöne Folge mit diesem Toyslet Build Us, glaube ich, hieß das, oder das Spielzeug von früher oder sowas. Supergeil. Hier, Schauempfehlung. Doku, ne? Ja. Sorry, weil ich gerade Star Wars erwähnt habe, wollte ich noch dazu sagen, dieses, ja, auf sich selbst beziehen und dieses, ja, aus einem Fundus von verschiedenen Medien, ja, schöpfen, das, glaube ich, ist tatsächlich auch in Star Wars schon, also schon im ersten Star Wars so vereint gewesen, weil, ich meine, wenn man sich das mal anguckt, dass der Film besteht ja im Grunde aus unendlich vielen Versatzstücken, aus Kriegsfilmen, Western, irgendwelchen Trash-Sci-Fi-Serien, ich glaube, Flash Gordon war da eine ziemlich große Inspirationsquelle für George Lucas, also ich glaube, das gab es schon immer, so diese Rückbezüge auf die, ja, auf die vergangene Kinolandschaft, auf die vergangene Medienlandschaft, das Ding, das heute, glaube ich, eher so der Fall ist, dass es auch dem Zuschauer so vermittelt wird, also ich glaube, ja, in so älteren Filmen, auch so in den Tarantino-Filmen, da war das im Grunde nur für die Insider so und jetzt ist es, glaube ich, ja, auch für die Zuschauer so gemacht, dass die sich, dass die bestimmte Versatzstücke wiedererkennen wollen, äh, sollen und, genau, und dass es direkt darauf gezielt wird, dass diese Versatzstücke auch von den, von den Zuschauern erkannt werden und ich glaube, das ist der große Unterschied, dieses, ja, dieses, sag ich mal, verwursten von bestimmten Elementen in, die schon mal da gewesen sind in einem Film, das gab es, glaube ich, schon immer, ich glaube, das ist keine wirklich neue Entwicklung. Nö, plus visuelles geklautes von, angeblich in irgendwelchen Comics vom, ähm, wie hieß der Kerl, Jean-Claude Meziere oder sowas, der Typ mit Valerian. Genau, Valerian, das ist, ich glaube, das ist aber auch so eine Sache, es wird, tatsächlich, die Abstände werden kürzer und die Impulse müssen stärker werden, also man muss es, den Verweis schneller erkennen. Früher war es so ein Geheimding, wenn man erkannt hat, oh, dieser, er klatscht und hält das Schwert beziehungsweise den Revolver fest, das ist hier glorreiche sieben, das war die glorreiche sieben Samurai, das war damals so komplett Insider und heute ist es so, ach, keine Ahnung, nimm irgendeinen beliebigen Running Gag aus den Marvel-Filmen oder sowas, es muss, der Wiedererkennungswert muss einfacher sein. Man wartet sozusagen auf den Wilhelm Scream. Ich wollte noch was zu dem Trend sagen von vorhin, dieser Trend, dass das auf einmal alles so gewollt ist, es ist Geek, Nerd und Retro und so weiter, das ist ganz, auch ein ganz wichtiges Thema für mich, weil Frauen in diesem Bereich waren ja früher irgendwie auch ganz, ganz selten oder kaum da gewesen oder man hat sie nicht gesehen und jetzt durch das Internet und durch YouTube und so weiter werden ja immer, kommen ja immer mehr die weiblichen Personen raus, die dann auch erzählen, wie toll sie das alles für ein Geek und Nerd sind und so weiter und sich endlich in Anführungsstrichen outen können, weil ich habe selber die Erfahrung gemacht, ich bin ja schon wirklich seit Kind an, also wirklich, ich bin mit sechs Jahren bin ich als Batman ungelogen zum Fasching in den Kindergarten gegangen. Ich wusste nicht, dass es Batgirl gibt, weil ich damals keinen Zugang zu Comics hatte, keiner von meinen Freunden hatte Comics, ich kannte Comics nicht, ich kannte nur diesen Batman-Film von Tim Burton, oh ich will Batman sein, ich will kein Cloud, ich will keine Prinzessin sein, ich will Batman sein und ich wusste halt auch nicht, dass es Batgirl gibt aus den Comics, also bin ich als Batman gegangen, ich habe leider keine Fotos mehr. Und das hat sich halt so bis ins Teenager-Alter gezogen, wobei ich im Teenager-Alter das ein bisschen unterdrücken musste, weil es gab in der Schule keine andere Frau, wirklich keine andere, die meine Interessen verfolgte, es waren ein paar Kerle dabei, aber man ist ja irgendwie nicht mit den Kerlen rumgezogen, sondern war dann immer bei den Frauen und so weiter und dann hatte man sich ein bisschen, ja man hat das ein bisschen unterdrückt, man hat dann auch Schickimicki gemacht und Fashion und so, obwohl ich das eigentlich gar nicht war, also ich war eigentlich in der anderen Person. Ja genau, man hat sich verstellt. Und erst so, ich muss gestehen, durch diesen Trend, den du angesprochen hast, muss ich gestehen, dass ich ehrlich gesagt wirklich so sein kann, wie ich gerne möchte. Und weil das auch einfach angenommen wird, weil ich auch durch das Internet, auch dadurch, dass das Internet so populär wurde, habe ich auch Leute kennengelernt, weil im Ort oder in der Schule niemand, ich habe die Animania damals gelesen oder ich habe Fantasy-Bücher gelesen, ja ich bin mit Herr der Ringe in die Schule gegangen und ich habe immer gelesen in den Pausen, weil ich die Geschichten so spannend fand und die fanden mich alle komisch, weil ich so zurückgezogen und nicht gequatscht habe und nicht über Musik gequatscht habe und nicht über die nächste Party und Disco und hier und da, nee ich habe da mein Buch gelesen und das fanden die alle komisch und durch das Internet ist es so geil gewesen, man hat dann so viele Leute kennengelernt und ich denke, der Trend kommt einfach durch das Internet, weil jetzt einfach die Leute auch viele neue Leute, die das vorher gar nicht kannten, die Glenderson kennen durch die Filme, man tauscht sich aus durch YouTube, es gibt ja ganz viele Nerd-Kanäle auf YouTube, wird das alles bekannter gemacht und dann gibt es viel mehr Anhänger und dadurch, denke ich, wurde das auch zum Trend und es gibt halt auch Leute tatsächlich, die zu uns Frauen, zu unseren in Anführungsstrichen Nerd-Girls sagen, ja ihr macht das ja nur, weil das gerade im Trend ist oder weil ihr Männern gefallen wollt und es gibt da einige Leute, die das einem echt nicht gönnen und auch nicht glauben und auch denken, man tut nur so, das gibt es leider auch, also es sind ja immer diese Negativ-Leute im Internet, das kennt ihr ja auch, aber ich muss echt sagen, ich glaube, dass der Grund wegen dieses Trends und auch wegen Retro, weil diese ganze Retro-Kram wird auch durch das Internet verbreitet, du hast Retro-Kram gesagt, hey, genau, es gibt ja halt YouTube, da werden Videos hochgeladen durch diese Emulatoren oder Simulatoren oder wie man das nennt. Emulator, das ist schon richtig. Ja genau, war schon richtig, kann man das ja mittlerweile auch alles aufnehmen, ins Internet stellen und die Leute lernen das dann auch alles kennen und das ist ganz spannend, das ist was ganz Neues. Auf der Xbox gibt es so eine Sammlung jetzt, die demnächst rauskommt oder rausgekommen ist, wo man irgendwie alte Sega Mega Drive-Spiele irgendwie spielen kann und das auch, ich hatte auch die Sega Mega Drive damals gehabt und ja, also Grund ist einfach das Internet und ich finde, das Internet ist manchmal richtig scheiße, wenn ich das jetzt sagen darf, wegen den negativen Leuten, aber ich finde das Internet in diesem Fall auch sehr, sehr positiv, weil man endlich so seine Leute auch findet und auch seine Sachen machen kann und das auch einfach auch angenommen wird von den Leuten. Man fährt nicht mehr so sehr vor den Konsolen, sondern man tauscht sich darüber aus, wie schön das war, dass man damals alleine vor den Dingern hängt. Aber ich war auch mit Freunden auch durchaus da, ne, also, ja. Meine Frage, hätten wir dieses Gespräch vor ungefähr fünf Jahren geführt? Ich hätte mich, hätte mal die These in den Raum gestellt, dass wir einfach von einem langanhaltenden Trend reden, dass natürlich technische Neuerungen wie jetzt meinetwegen das Internet oder einfach auch eine generelle Veränderung der Gesellschaft und der Akzeptanz solcher nerdigen und geekigen Themen eben ein Trend befürworten, das wäre eine These, die ich vor ungefähr fünf Jahren gebracht hätte. Jetzt ist diese ganze Geschichte aber jetzt schon seit einigen Jahren am Start. Wir haben offensichtlich ein ganzes Museum, das sich mit dem Thema beschäftigt. Wir haben gefühlt mehr Filme, Shows, generell popkulturelle Formate, die sich damit beschäftigen. Wir haben anscheinend auch eine regelmäßig oder täglich wachsende Zielgruppe. Auch Serien wie beispielsweise das sicherlich auch nicht unumstrittene Big Bang Theory hat viel daran getan, diese Themen der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Haben wir hier wirklich noch einen Trend oder haben wir eigentlich eine fundamentale, vielleicht sogar dauerhafte Veränderung in der Gesellschaft und den popkulturellen Themen, die sie hat? Ich denke, es ist ganz klar so einfach ein neuer Style, ähnlich wie damals der Goss oder der Grufti oder der, 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 äh, na nun sag doch mal ein paar. Punk, Metal, ist es alles möglich. Genau, ja, vielleicht ein bisschen weniger auf Musik besucht, aber ich glaube, es ist halt einfach ein Style, der eine ganze Generation prägen kann, ja, weil Big Bang Theory ist zehn Jahre alt, IT Crowd 14, keine Ahnung, alt. Also ich erinnere mich, dass das vor zehn Jahren war das Thema Retro schon super groß, schon da, die Debatten, kann man das überhaupt noch, kann man sich überhaupt noch Retro nennen oder ist das schon zu sehr verbrannt? Das ist dann der Punkt, den ich hier ständig gefragt werde, warum nennst du deinen Blog Retro-Kram? Und ich hab hier, die neueste Konsole, die ich hier habe, ist eine Playstation 3. So, und dann gibt's immer die Diskussion, ja, ist das denn überhaupt Retro? Ne, darüber will ich gar nicht diskutieren. Retro ist das, was eigentlich, die Hardware als solches würde ich nicht als Retro bezeichnen. Das Gefühl drumherum, das würde ich schon eher als Retro bezeichnen, weil das ist nichts anderes, als wenn du jetzt gerade irgendwie ein altes Comic zu Seite packst und dir ein neues holst. Es ist halt nur ein neueres Medium. Ich hab vor kurzem auch ein sehr schönes Gespräch drüber geführt mit einem jüngeren Kerl, wo ich dann gesagt hab, sag mal, was macht ihr denn gerade in der Schule? Ja, Klassik. Ja, was denn? Bach. Cool. Was glaubst du? In ungefähr 100 Jahren werden die in der Schule sitzen und sagen, Klassik, was hörst du denn? Lady Gaga. Also, es ist ein bisschen schwierig. Also, für mich fängt Retro, wenn ich es jetzt auf ein Jahrzehnt oder sowas beziehen würde, wäre es, glaube ich, so 96, einfach aus dem Grund, weil es eine schöne Zahl ist. So, alles, was davor ist, alles, was danach ist, ist für mich less retro denn davor, aber es ist für mich trotzdem noch Retro-Kram. Es ist ein bisschen schwierig, weil retro, es ist mehr ein Gefühl als eine Jahreszahl bezüglich auf Hardware gezogen oder auf den Film bezogen. Meiner Meinung nach. Ja, also, ich glaube, ehrlich gesagt, schon, dass es da, dass es da irgendwie Rückbezüge auch gibt, ja, dass es, warum es jetzt gerade, also gerade jetzt so ist, dass wir auf dieser Retrowelle sind, sozusagen. Ich meine, sowas hat es ja in der Geschichte immer wieder gegeben, irgendwie so, ja, so eine Renaissance zum Beispiel, so, dass man sich auf die Antike zum Beispiel beruft hat, so im Erklärungszeitalter und so weiter. Also das ist, glaube ich, einfach so ein gesellschaftliches Ding. Also ich studiere auch Soziologie und ich vermute einfach, dass im Moment einfach weltpolitisch und insgesamt so viele Dinge einfach abgehen, wo sich Menschen einfach nicht mehr mit identifizieren können, wo sie, ja, einfach in die Vergangenheit blicken und sagen, ja, mit diesen Dingen habe ich mich identifiziert und da sehe ich vielleicht noch so eine Unschuld drin. Sozusagen Eskapismus. Ja, genau, also dass man einfach sagt, mit dieser Welt, mit diesem ganzen Theorismus, mit diesen ganzen, die hier abgehen, so, damit möchte ich einfach weniger zu tun haben und deswegen glaube ich einfach, es ist, glaube ich, vielleicht ein Punkt, dass, ja, man sich einfach auf die Krankheit zurückbezieht und an seine Kindheit erinnert, weil man damit doch viel schönere Gefühle verbindet. Ist vielleicht ein Grund, aber in meiner, also mein Empfinden, das, was ich halt durch die ganzen Retro-Fans als solche sehe, weniger. Also viele, als Gäste, die wir als Gäste bei uns im Museum haben, viele sind gestandene Männer und die haben Spaß an ihrem Leben, die müssen nicht flüchten. Also das ist wirklich nur so wie ein Urlaubsausflug ins Jahre 1984, kurz bevor, die ganze, bis zum Jahr 83, kurz bevor es dann in Deutschland hieß, no, keine Arcades mehr in der Öffentlichkeit. Und, ja, aber ja, ich gebe dir absolut recht, mag für viele Leute halt sein. Es kann sein, also ich kenne Menschen, die sich halt in Videospiele flüchten, weil sie im echten Leben enorme Probleme haben. Ich glaube aber, ich finde, Pia hatte da vorhin einen sehr schönen Punkt genannt. Ich habe mir auch gedacht, diese, diese Eskapismuswellen oder diese Rückbesinnung, die kommen tatsächlich immer wieder und das hängt natürlich auch an der weltpolitischen Lage immer zusammen. Das kann man da wirklich verbinden, wann sind Heimatfilme wieder ganz in Vogue? Das, das gibt immer als Beispiel. Aber das Internet ist tatsächlich halt so ein Game Changer gewesen und das Ding ist natürlich, wer definiert das Internet? Wir, wir, die wir damit aufgewachsen sind, unsere Generation plus, vielleicht plus, minus 10, alle anderen davor, für die ist das erstmal noch Neuland. Und wir hatten durch das Internet diese Möglichkeit, auf einmal auf diese eigene Entdeckungsreise zu gehen. Wir können das pushen und wir haben auch selber dann dieses Ding getrendet, weil wir sind, die im Internet am aktivsten sind. Wir haben alle da diesen warmen, nostalgischen Gefühlen mit und dadurch haben wir so etwas losgetreten, was eventuell wirklich über so eine klassische Nostalgie-Rückblende hinausgehen könnte. Ich weiß nicht, vielleicht sitzen wir in 10 Jahren wieder zusammen und dann sehen wir ja, ob es immer noch anhält. Ich habe den Eindruck, als würden wir da alle ungefähr auf so einer selben Wellenlänge schwimmen und das irgendwie auch alles positiv beurteilen, was wir da so wahrnehmen. Aber da mal eine kritische Rückfrage, gerade auch, wenn man jetzt mal Vergleiche ziehen möchte zu, du hattest vorhin Vergleiche mit Jugendkulturen genannt, du hattest jetzt verschiedenste Richtungen genannt, die auch musikalisch geprägt sind. Senat wollte noch ergänzen, dass Punk jetzt alles anderes als nur eine Musikrichtung, sondern eben auch eine Lebenseinstellung, so ist es ja übrigens Goth zum Beispiel auch. Aber wenn man da mal Vergleiche ziehen möchte, ist es nicht so, um auch jetzt mal einen kritischen Ansatz zu haben, dass diese Retro-Perspektive, also die Rückbesinnung auf eben ältere popkulturelle Güter, die wir also eben haben, also klassischerweise eben Filme, Computerspiele, meinetwegen auch Bücher, dass das insgesamt nicht eher eine relativ oberflächliche und rein, vielleicht sogar rein optische Sehnsucht ist oder ein Verlangen danach und es weniger um Inhalte geht. Wenn ich jetzt eben den Vergleich ziehen möchte mit zum Beispiel Punk, oder meinetwegen, der jetzt eine sehr politische Aussage auch hat oder mit einer Gothic-Kultur, die hier einen sehr philosophischen Ansatz eben auch prägt, ist es nicht einfach auch mal sehr oberflächlich, diese Retro-Welle zu schwimmen? Ich fürchte auch. Das ist nämlich, um nochmal ganz auf den Anfang zu kommen, das ist nämlich der Punkt, der mich an Ready Player One, also am Buch, so unglaublich enttäuscht hat am Ende. Da war bei vielen Szenen, wo er immer wieder dann diese alten Spiele oder alte Filme oder alte Serien beschreibt oder entdeckt, der Protagonist, er geht dann auf diese Zeitreise, um da die Schlüssel für diesen Schatz zu finden. Am Anfang beschreibt er, der Autor das noch halbwegs nett und schafft es so ein bisschen von Nostalgie, diese Wärme zu vermitteln. Aber auch nur am Anfang oder nur ganz wenig. Und sehr schnell geht er dazu überhaupt und beschreibt das Thema nur noch. Wie als wenn er aus Wikipedia zitiert. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen unfair für ein Buch, das vielleicht auch einfach nur gut unterhalten will. Aber das war für mich diese Quintessenz, wo ich gemerkt habe, was ist denn da überhaupt hinter? Und ich weiß, es geht anders. Es gibt andere Bücher, zum Beispiel von Neil Stevenson. Error ist ein unterhaltsameres Buch von Neil Stevenson, nicht ganz so flach. Wo er auch sich mit der Gaming und der Retro-Geschichte sehr detailliert auseinandersetzt. Und der taucht wirklich sehr tief da ein. Aber Neil Stevenson und Ernest Klein zu vergleichen, ist vielleicht auch nicht ganz fair. Aber ich denke halt auch, dass vieles von dem, was man in Retro mitkriegt, geht zum Oberflächlichen, taucht da ein bisschen drin ein. Und das war es aber auch. Und die wenigsten gehen tiefer. Und ich weiß dann immer nicht, manchmal lohnt es sich, tiefer zu gehen. Und manchmal so, nein mein Gott, ich will jetzt auch nur ein leckeres Eis essen. Muss alles immer tiefgehend sein. Damit kannst du auch mehr Leute mitnehmen einfach. Du kannst viel mehr Leute erreichen, wenn du nicht, genau, du musst nicht so, wenn du nicht ins Detail gehen musst, kannst eben einfach ganz viele Leute mit in dein Boot holen und dieses Gemeinschaftsgefühl viel, viel eher erzeugen, als es jetzt speziell mit Punk und Goff gemeint, die sich natürlich auch wirklich sehr abgrenzen, nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich. Du kannst viel mehr Leute mitnehmen. Und das Beispiel mit Punk und Goff war super, weil habe ich auch am Anfang vergessen, da steckt wirklich eine komplette Lebenseinstellung. Bei Retro, ich finde, das ist nicht so eine Lebenseinstellung. Retro ist eher so, was jeder für sich retro definiert. Der eine bleibt bei seinen Schallplatten und sagt, das ist immer der tollste Klang. Der andere bleibt bei den 90er Konsolen. Der andere sagt, ich nehme die, was weiß ich, die Silver Age Comics oder sonst was. Das war es aber auch fürchtig. Ich meine es weiterhin nicht böse. Ich würde auch sagen, das hängt echt immer total stark von dem Medium an sich ab, dass man jetzt so retromäßig vielleicht abfeiert und so. Es hängt sehr stark von dem Inhalt ab, was da jetzt wirklich dahinter steckt. Also jetzt vor allem, wenn man sich den Filmbereich mal anguckt, dann gibt es natürlich diese Filme und ich würde sogar fast schon Ready Player One auch ein bisschen dazu zählen. Tut mir leid, aber die auch schon sehr stark darauf setzen, einfach diese Gefühle wieder hochzuholen, die man vielleicht mit bestimmten Dingen verbindet, aber dahinter nicht so wirklich viel bieten. Und ich glaube, gleichzeitig gibt es aber auch einfach viel, ja, viel, was einfach nicht nur funktioniert, weil bestimmte Leute da nostalgische Erinnerungen dran haben, bestimmte, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel im Film bestimmte Elemente, die man früher im Film benutzt hat. genau, und wenn da jetzt zum Beispiel Filmemacher da hingehen und sagen, ja, also wie jetzt zum Beispiel so ein Mad Max-Film oder so, der ist ja eigentlich wie so ein, also der neue Mad Max Fury Road und so neu ist er jetzt auch nicht mehr, aber genau, der halt hingeht und, genau, Action-Film-Techniken von früher quasi nimmt und auf die heutige Zeit überträgt und quasi aus der Vergangenheit lernt und damit, dadurch was Neues schafft, wenn sowas wirklich in so einem Retro-Kontext möglich ist, dann finde ich das auf jeden Fall überhaupt nicht problematisch, aber es ist natürlich richtig, das, was im Mainstream stattfindet, das ist leider doch oft relativ oberflächlich, weil es eben oft wirklich nur über diese Gefühlsebene geht, genau, die Leute, ja, dauernd so aufmerken zu lassen, dass sie jetzt irgendwas bestimmtes wiedererkennen, was sie vielleicht mal in ihrer Kindheit benutzt haben und, ja, das sehe ich auch eher problematisch, muss ich sagen. Ich bin da ehrlich gesagt komplett deiner Meinung, was diese Oberflächlichkeit als solches angeht und auch diese Tatsache, dass du halt eigentlich immer nur über dieselben Themen quatschst, als Beispiel ständig über Zelda, jetzt wieder Videogames-Bereich ganz kurz, ständig über Zelda, ständig über Mario, also immer wieder dieselben Sachen, die die einen schon seit Jahrzehnten mitnehmen und was angesagt echt schön ist, auf der anderen Seite ist es aber so, neben Mario und neben, keine Ahnung was, gibt es so viele wunderbare Sachen. Ich weiß jetzt nicht von wegen, ich glaube, wir haben am Anfang des Gesprächs irgendwie was bezüglich MMORPG oder sowas wollten wir irgendwas erzählen. Ich glaube, Pia hatte irgendwas gesagt mit World of Warcraft oder so, sowas gab es ja schon. Die Ursprüngung, Meridian 59 und Prössima. Genau, das wollte ich nämlich erzählen, damit bin ich angefangen, aber ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr zeitlich. Ich wollte eigentlich erzählen, warum Elder Scrolls Online so genial ist und wie ich überhaupt mit MMOs angefangen habe mit 15 Jahren und so eine kleine Geschichte sozusagen erzählen. Das wäre doch aber eigentlich ein super Gegenpunkt, um jetzt einmal, ich habe den Eindruck, wir sind uns relativ konsenswert, dass wir sagen, Retro ist super, aber halt die Oberflächlichkeit ist halt so, ist zu öfter und wenn man da erstmal eintaucht in dein Thema, da kann man sich doch auch mal dann detailliert damit befassen und sagen, okay, gehen wir doch mal tiefer. Also wenn ihr noch Zeit habt, kann ich da gerne anfangen. Also ich weiß nicht, wie... Das Thema wird jetzt zu groß, dass wir das ausdiskutieren wollen, sitzen wir ja morgen noch, weil das natürlich ein Thema ist, wo glaube ich jeder auch was beitragen kann. Aber ich finde, das ist ein super Ansatzpunkt und nochmal daran zu erinnern, dass das ja mit Abstand nicht die letzte Folge vom Tele-Stammtisch sein wird, die wir hier heute aufzeichnen. Ganz im Gegenteil, ich würde mich freuen, euch alle hier nochmal irgendwann auch begrüßen zu dürfen und würde mich wirklich freuen, wenn vielleicht auch der eine oder andere da draußen sich mal meldet und vielleicht hier noch den einen oder anderen Ansatz hat. Ich finde gerade die heutige Ausgabe, die wir heute aufgezeichnet haben, die ist das beste Beispiel dafür, dass man hier unbedingt eigentlich mitreden will. Denn das Konzept beim Tele-Stammtisch ist ja genau das. Es geht gar nicht darum, dass man hier jetzt die absolute Wahrheit erfährt oder dass wir hier jetzt abschließend über Themen reden. Ich finde, hier ist der Austausch ganz wichtig. Wir erzählen hier vielleicht sicherlich auch Gedanken, die wir uns ganz persönlich gemacht haben, die nicht zwangsläufig in irgendeiner Form jetzt hier unbedingt eine Neuigkeit darstellen müssen. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Sondern es soll einfach mal ein nettes Plaudern sein und vor allem soll es für euch da draußen die Gelegenheit sein, sich hier auch mal kennenzulernen und vor allem eben auch vielleicht mal neue Nerds aus der Szene da draußen kennenzulernen. Und ich bin mir sicher, dass wenn man dich anschreibt, Pia, und sich mit dir noch ein bisschen über MMOs unterhalten möchte oder du das vielleicht sogar bei einer folgenden Ausgabe machen möchtest, dass du da nicht dich zurückhalten wirst, sondern ganz im Gegenteil einiges zu beitragen kannst. Ja, cool. Wir können auch privat gerne über Meridian 59 sprechen oder 59. Das habe ich nämlich auch gespielt. Mega geil. Also wir haben leider viel mehr Themen, als wir Zeit haben. Und wir konnten heute wirklich auch, ich kann garantieren, jeder, der heute hier teilgenommen hat, hatte mindestens zwei Themen am Start. Wir haben uns jetzt hier eine ganz krass, wir haben uns eigentlich nur um zwei, um drei Themen gekümmert. Also wirklich sehr reduziert. Und wie gesagt, wir haben noch viele, viele Gelegenheiten, uns nochmal an der Konstellation auch zusammenzusetzen beziehungsweise nochmal eine Runde zu skypen. Ich danke euch auch für den heutigen Tag. Ihr merkt schon, ich moderiere hier langsam aber sicher ab. Ich würde mich tierisch wollen, von euch nochmal zu hören. Wie immer ist es so, auch für euch da draußen, es wird in den Shownotes zur Sendung, das heißt also sowohl beim YouTube Upload als eben auch im eigentlichen Podcast, im RSS-Feed, in den Shownotes auch alle Links geben. Ihr werdet wieder die Möglichkeit haben, von jedem auch den Blog zu besuchen. Ich werde alle Internetseiten, alle Social Media Accounts verlinken. Ihr könnt quasi gar nicht dran vorbei. Ihr werdet das auf jeden Fall finden können. Und wie ihr heute da wart, Pia, Sena, Druben und eben auch Alex und natürlich auch der Nick, der ja vorhin gegangen ist. Ich danke euch vielmals, dass ihr heute da gewesen seid und würde mich freuen, euch nochmal hier begrüßen zu dürfen. Hey, danke für die Einladung. Ja, freue ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung, sehr gerne. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye. Tschüss. 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 Tschüss.